Wir sind das deutsche Wasserskishow-Nationalteam. Wir sind ehrenamtliche Unterstützer und Amateursportler aus ganz Deutschland. Unser gemeinsames Ziel, für Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Florida zu starten. Ein Großteil von uns sind Schüler, Auszubildende und Studenten. Gleichzeitig bekommen wir als Wandsportler keinerlei finanzielle Unterstützung. Normalerweise bessern wir die Teamkasten mit Schwachaufgaben auf. Wegen Corona sind die aber alle ins Wasser gefallen. Die Kosten für Training, Ausrüstung und den Wettkampf in Florida müssen wir daher komplett selbst tragen. Wir sind ein starkes Team und kämpfen für unsere Reiterschaft. Mehr denn je brauchen wir dafür deine Unterstützung. Jeder Beitrag bringt uns weiter auf unsere Reise in Florida. Danke, dass du dabei bist. Musik 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 Musik